Lorde wird die nächste Königin der Kosmetik. Der 17-jährige Star wird mit MAC zusammenarbeiten, um ihre eigene Lippenstiftlinie herauszubringen. Die Grammy-Gewinnerin sagte, dass sie die Kosmetik von MAC liebt, seitdem sie ein kleines Kind ist. Sie erinnert sich, wie sie mit 14 Jahren für ihren ersten MAC-Lippenstift gespart hat und etwa 20 ihrer Freunde hatten ihn benutzt. Sicherlich freuen sich die Freunde von Lorde über die neuen Lippenstifte. Das People Magazine berichtet, dass es eine dunkle Linie, die ein Gothic-Look hat, sein wird. Sie hilft, das Gesicht von Lorde herauszuheben. Im Sommer 2014 werden die Lippenstifte im Regal zu finden sein.